mkf2 gesaved habe ich gemarket wie die kackmann so das hast du nicht schaff das glaube ich nicht naja ich merke das ja ich merke das mitten wenn du mit der spielt und ich drehen was und das im flug stein ist ein bisschen bescheiden passen da diese libellen ja das muss ich schaffen jetzt springt so gemein oder brauchst du konzentration sterben schade wenn du wenn du gleich nicht drückst nicht drücken nicht drücken aber warte mal nix machen ich mach mal eben so habe ich zweistels gespeichert dann kann ich nicht überspeichern ja natürlich lasagne lecker auch mal richtig lasagne gemacht auch recht gut wenn sie wenn die fester sich nicht drehen kannst du die hand drehen ja kann ich das was sind das für spaß ich wünsche dir viel spaß in diesem lirik was ich das ist ja so gemein was ähm äh äh neiiiinn neiiinn der kommt da mit dem finger dran ne ja guck mal der steckt sein finger da hinten rein oh neiiinn ooooh böse gedanken ne der ist zwar dahinter ne ey guck mal nein doch och komm bitte das kommt bestimmt jetzt vor allem das ist schon wieder das schiff guck mal jetzt wacht sie komm was kommt jetzt was kommt jetzt für schwierigkeiten das soll dann kann er das ja 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 der fisch kann es er glaube ich nicht schimpfe dahinter in uns selbst gewesen so schlecht so schlecht ich bin so schlecht als herr specht ja jetzt weißt du was ich meine mit dem fässer wir haben sogar gesichter ja ich weiß ja mach mal so immer drüge falsch das schlimmste level was ich kenne auch fünf minuten noch oder vier ein kleiner kart angesagt ja wir nehmen uns schöne halbe stunde packets auf ja und menschen sind das kürzen an den zehn minuten parts damit wir den content content noch zehn mal strecken ja klar jetzt guckt sich doch keiner mehr 15 minuten parts an kommt drauf an was für ein spiel das ist guck mir doch muss eine stunde dauern ja über den zweiten weltkrieg wahrscheinlich über hitler hitler kann das sein hitler da allein das alte schwein ihr seid ah ah ihr seid ah ah so wie du so wie du so wie du hey was ist da unten da will ich aber nicht freiwillig hin doch 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 ich muss gerade ausprobieren ob das geht von der gier er riskiert auch gar nichts ne er ist ja nicht so wie ich einfach mal riskieren kein meta mehr hier bei dem spiel oh man das ist so schlecht schön safe die fern wo ist denn safe wirklich jetzt kannst du ja runterspringen nochmal zurück und runterspringen was machst du denn da einfach schießen die ganze zeit wobei da keiner ist behindert sein glaube ich irgendwie schon so ein klein bisschen buggy oder ne warum also nicht soll du da nicht eigentlich vorschießen alter was ist grüne krokus grüne krokus die springen nein oh nein ich habe schon eine vorahnung ja 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 halalala da ist irgendwas doch gedrückt halten und hoch springen yes 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 here we go here we go here we go sammeln die sterne vom himmel ich bin mal am überlegen ein kleines 64 singleplayer projekt anzufangen ne mach das mit super kario ne super karius wo sind denn jetzt ne vier meinst du mein super mario ja oder welches super mario 64 aber mal schauen aber bitte in der speed hack version ne mach das sind gar keine hack version spiele ich das es gibt ja 0 sterne version es gibt der 1 sterne version es gibt 16 sterne version 69 ja es gibt es auch in kaiser schon wieder ja jetzt kommen mit es gibt es ganz viele nintendo kaiser hacks generell schief denn da warte mal ja komm das wird doch immer leichter hier ja super generell von donkey kong mario ich hoffe ja von joshih auch 1 gab es davon ja tttttttttttt Warte mal, sei mal bitte leise. Boom. Eins. Jetzt. Eins. Eins. Okay. Scheiße. War ja wohl nix. Aber damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2, die des Conquest und mit dem Flash. Und mit Centos. Tschüss. Bye. Tschüss.